Patricia lebt in Guatemala la vida loca, auf Deutsch das verrückte Leben. Seit dem Abschluss der Sekundarschule hängt sie nur noch auf der Straße herum und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Jugendarbeiter José beobachtet Patricia bereits seit einiger Zeit und nutzt die Gelegenheit, sie in den Jugendtreffpunkt einzuladen. Er erklärt Patricia, dass sie die Möglichkeit hat, eine technische Berufsausbildung zu absolvieren und schon während der Ausbildung mit kleinen Dienstleistungen Geld verdienen kann. Das lässt Patricia hellhörig werden. Schon einige Wochen später beginnt sie ihre Ausbildung in der Berufsschule. Swiss Contact unterstützt Ausbildungsinstitutionen bei der Ausarbeitung von Lehrplänen und der Ausbildung der Lehrkräfte. Der Aufbau von Informations- und Beratungsstellen unterstützt die Jugendlichen bei der Arbeitssuche und informiert sie zu neuen Bildungsmöglichkeiten. Dank Swiss Contact können jungen Menschen aus Quartieren mit hoher Arbeitslosigkeit und Kriminalitätsrate Berufsausbildungen angeboten werden. Diese sind auf die Bedürfnisse der lokalen Unternehmen und der aktuellen wirtschaftlichen Möglichkeiten zugeschnitten. Die Jugendlichen werden so schrittweise in die berufliche Selbstständigkeit begleitet. Das eröffnet ihnen völlig neue Zukunftsperspektiven. Sie übernehmen eine aktive Rolle in der Gemeinschaft. Patricia hat sich dank ihrer Ausbildung eine solide Lebensgrundlage für die Zukunft aufgebaut. Sie arbeitet in ihrer eigenen kleinen Handy-Reparaturwerkstatt. Swiss Contact ermöglicht Beschäftigung und Einkommen durch praxisorientierte Ausbildung und einen verbesserten Zugang zum Arbeitsmarkt. Seit 60 Jahren fördert Swiss Contact innovative Bildungsangebote angepasst an die lokalen, soziokulturellen und wirtschaftlichen Gegebenheiten. Dies aufgrund fundierter und systemischer Marktanalysen vor Ort. Angepasst an die jeweiligen Zielgruppen erreicht die Palette der Angebote Analphabeten, Menschen mit speziellen Bedürfnissen, Jugendliche mit mangelhafter Grundbildung bis hin zur Weiterbildung von hochspezialisierten Fachkräften. Zurzeit implementiert Swiss Contact über 50 Bildungsprojekte rund um den Globus.